Also nur für den Fall, dass sie gerade nichts Wichtiges vorhaben. Wäre es das Coolste auf der Welt, wenn wir zusammen eine Runde Pokémon-Golf spielen könnten, wäre das eventuell möglich? Pokémon-Golf? Es ist eine Art Golf, bei der man mit Pokémon spielt. Das ist in Alola gerade die beliebteste Sportart. Klingt nach Spaß. Lasst uns eine Runde Pokémon-Golf spielen. Mega geil! Ich will auch mitspielen. Mhm, ich weiß nicht. Mal langsam. Ihr solltet Kahili nicht so in Verlegenheit bringen, Kinder. Tuka! Tukanon! Tuka! Tuka! Tuki, was ist? Tukanon! Tuka! 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 Ist ja gut, Tuki. Hey! Tuka! Aber Tuki... Tuka! Du möchtest also auch mit allen spielen, Tuki, was? Tuka! 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 Na, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Also spielen wir zusammen Pokémon-Golf. Tukanon! Oh, klasse! Vielen Dank! Dann los! Das wird ein Megaspaß! Ich freue mich tierisch! Okay, also wenn das so ist, dann wird der heutige Nachmittagsunterricht eben Pokémon-Golf sein. Ja! Oh! Das ist ein Pokémon-Golfplatz! Riesig! Dieser Pokémon-Golfplatz bietet für jeden etwas, vom Anfänger bis hin zum echten Profi-Golf-Spieler. Tuka! 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 To-Ko-Ko-Ko! Joll! Mach dich doch! Knack! 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 To-Ko-Ko-Ko-Ko! Du darfst den Rassen nicht beschädigen! Pokémon dürfen sich auf Pokémon-Golfplätzen völlig frei bewegen. Komm mit, Mariekeck! Mariekeck! Jetzt sind wir am ersten Abschlag. To-Ko! Danke, To-Ki. Woher weißt To-Ki, welchen Schläger du jetzt am besten benutzen solltest? Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir zusammenspielen, seit ich ein kleines Mädchen war. To-Ka! Also wenn das für euch okay ist, fange ich an. Aber bitte, natürlich! Zeigen Sie uns, wie es geht! Pokémon-Golfregeln sind einfach. Man schlägt den Ball von hier aus ab. Und das Ziel ist es, ihn da hinten auf dem Grün in das Loch zu spielen. Das Grün, das sie meint, ist das da hinten. Das Loch ist dort, wo die Fahne steht. Was da hinten? Das ist ziemlich weit weg. Sieht ganz schön schwierig aus. Wer am wenigsten Schläge braucht, um den Ball ins Loch zu spielen, hat gewonnen. Aber am allerwichtigsten dabei ist es, immer auf ein gutes Zusammenspiel zwischen Trainer und Pokémon zu achten. Ein Moment mal! Hä? Wenn Sie über Pokémon-Golf sprechen, reden Sie eigentlich auch von mir. Und wer sind Sie? Ich bin ein Pokémon-Golf-Meister-Caddy. Und ich bin bereits seit 40 Jahren dabei. Das macht mich zu einer Legende. Pokémon-Golf-Caddy? Kennen Sie diesen Mann etwa? Keineswegs. Ein Caddy mit 50 Jahren Erfahrung. Es wäre geradezu töricht, mich nicht mit auf diesen Golfplatz zu nehmen. Moment! Hast du nicht eben noch von 40 Jahren gesprochen? Wenn ich in eurem Team bin, wird jeder Schlag, den ihr macht, zu purem Golf. Ich glaub's nicht! Lasst uns spielen! Ich fange jetzt an, Tuki. Tukanon! Tukanon! Oh, es wird uns drücken. Irre Geschwindigkeit. Das war ein Hole-in-One. Wow, der ging wirklich rein. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Der Hammer! Ich hab noch nie ein Hole-in-One gesehen. Kahili und Tuki waren auch in vollkommener Harmonie. Danke, sehr nett von euch. Tukan, Tukanon!